Hallo, guten Abend und herzlich willkommen zu Live aus dem Alabama. Zu Beginn dieser Sendung steht nochmal ein Rückgriff auf die Alabama-Sendung vom letzten Montag. Ihr habt wahrscheinlich mitgekriegt, dass das einige Schlagzeilen deswegen gegeben hat. Für die, die es nicht gesehen haben, die Popgruppe, die Ärzte, hielt es anscheinend für nötig, während ihres Konzertes bei den Ansagen einen Bezug herzustellen, einen völlig unnötigen und dazu noch bescheuerten Bezug zu dem Tod von Uwe Barsche. Wir in der Redaktion sind darüber sehr sauer gewesen, aus begreiflichen Gründen. Zum einen halten wir es also für völlig idiotisch, was da gesagt worden ist. Zum anderen ist es natürlich auch letztlich das Ausnützen einer Live-Situation bei einer Gruppe, mit der wir vorher geredet haben, dass das Konzert so und so eben ab...